Bezaubernde Hera, heilige Mutter, weise Athena, müchtiger Poseidon, Hirderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt. Ich kann dich sehen. Komm näher. Hilf mir hier. So hilf mir doch. Irgendjemand. Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wie alle Sterblichen. Erschaffen von Narrenhand. Zerwilder eines gesprungenen Schwiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete sechs Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, rennen, vermeiden, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, wachsichtig, egoistisch. Und, wie die Ferse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Oh. Und somit willkommen, Freunde, zu Phoenix Rising. Rising. Immortals Fenyx Rising. Oder Rising Immortals Fenyx 8. Lies es mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Er ist ja schön ziemlich blau gefroren, Herr Junge. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbindeten, der Titanen. Überzeuge, ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens! Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihnen das Feuer zu bringen und ihr Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas... extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich? Hilfst du mir Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phoenix meine Erlösung sein! Oh nein! Eine deiner Geschichten! Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf! Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hätte. Warte! Sage es nicht! So, was können wir da machen hier? Ich würde sagen, wir gehen einfach auf zufällig, ne? Weil mich interessiert die Story. Ich bin ja nicht so ein Fan von den ganzen Charakteren. So. Sieht doch schick aus! Computer hat gewählt. Die Geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand der Geschichten erzählt, doch niemand der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name. Phoenix. Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl... Ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste, erwachte Phoenix. Wir haben sogar das Husten untertitelt. Kratz. Ja, was ich davor sagen wollte, Phoenix ist ja so die Anspielung auf Phoenix, ne? Auf den Feuervogel. Phoenix aus der Asche, was er eben so gesagt hatte mit dem Feuer. Ja. Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. Okay, wir gehen nämlich erstmal die Treppe. Dann können wir immer noch Klippen klettern. Aber wir kommen wahrscheinlich drum herum. Ah, das ist schon nicht schlecht, dass hier so ein bisschen was wächst. Was für ein Zufall. Wirst du irgendwo angespült und zack. Jetzt gleich die Ranken hochklettern. Phoenix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix! Du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Ligyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neilisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Loragos! Loragos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Ligyron? Wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Ich muss schon sagen, als ich das Bild gesehen habe von den Römern, die da gesprochen haben. Es sieht ja aus wie Römer. Ja, da hab ich mir schon gedacht, das kann nur ne Erinnerung sein. Ah. Wirklich haben wir ne Waffe. Sperrt sieht aber sehr nice aus. Oh nein, ich hoffe nicht, dass das ihr Bruder ist. Ligyron! Bruder! Ich vermute mal, dass hier ne Medusa am Werk war, dass die alle so verstandert sind. Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Oh Mann, ey. Das muss richtig wehtun, sowas zu sehen. Am Weg ist dieser Schwert übergeblieben. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert ein Geschenk von Achillois für Tapferkeit in der Schlacht anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achillois Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich hab kein Schwert bekommen. Ich sag's ja immer. Phoenix sah auf. So war nicht allein. Oh. Jetzt geht's gleich ab. Von den Ketten! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Das ging sogar noch. Die Erinnerung an ihre Ausbildung kehrte zurück. Ausweichen ist schon mal auf jeden Fall eine gute Option. Von dort oben sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Oh, wir müssen noch mehr klettern. Das ist ja nice. Entdeckt Götterboote. Jaja. Ich hab noch nie so eine große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben und ganz allein war unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig. Schenken wir uns den Teil. Nein. Das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Pilzsaison. Das ist doch schön. Wir sammeln Pilze. Blaue Fliegenpilze. Ja, klettern einmal schön hoch. Sport ist kein Mord. Sagt man immer, wenn man ihn nicht selber machen muss. Weil hier hoch zu klettern muss schon anstrengend sein. Hermes Alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich hab schon mehr als genug Eger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Ja, das mit ihm redet finde ich neulich mal so schlimm, was ich krass finde, dass ich ihn gleich hier aufs Dach steigt. Mal aufpassen, dass wir hier nicht runtersegeln. Also die Frage. Wo klettern wir am besten? Oh! Gott, jetzt will ein Mädel, mach hier keine Faxen. Grad sagen, wo klettern wir denn am besten hoch? Ich seh, die braucht gar keine Ranken. Boah, Alter, Free Climbing. Aber vom Allerfeinsten. Fenix' Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon? Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Auf jeden Fall irgendein Kristall auf dem Dach. Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Kann sie jetzt auch noch fliegen, oder wie? Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Gewölbe ist Tartarus entdeckt. Markierung, sehr gut. Beschließen, abgeschlossen, ausblenden, beschließen. So, springe in den Teich unter dir. Nicht mehr verfolgen. Schnell speichern, das machen wir mal. Bist du sicher? Ja, auf jeden Fall. Wie ist schließen? Oha! Ah, Mädel, das war wieder eine knappe Aktion, ey. Die ist schon gedreist drauf, ne? Also, krass drauf. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, äh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Erstmal locker hier den Korb geplündert, der eigentlich als Opfergabe da war. Also, die Figuren sind ja nur noch am Klauen hier. Wer hat euch das angetan? Nun, lass diese Gefühlsduselein und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist vielleicht viel besser. Der Adamant-Splitter von Typhons Schergen, das Spital der Götter, wurde förmlich von Phoenix angezogen, als wollte er von ihr zu etwas Größerem geschmiedet werden. Okay. Mit denen legen wir uns doch gerne mal an. Alter, die hat's echt drauf. Ja, er fliegt gleich weg. Ja, komm mal her, hier. Ich kann nicht nur klettern, schwimmen, kochen, backen, äh, sondern auch kämpfen. Jetzt die Frage, kann sie auch schwimmen? Ja, geht auch. Alles klar. Ich hab schon Gedanken gemacht, wie wir da rüberkommen wollen. So, untersuche das seltsame Licht auf der kleinen Insel. Ja, das machen wir doch gerne. Ach, ein Riss ist das wieder. Können wir aus vielen anderen spielen. Hallo? Kannst du mich hören? Ich komme! Ich hab deine Axt! Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihr zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl... Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund geholfen. Ach du Scheiße. Okay, solange sie uns nicht angreift. Oh. Wer klopft an meiner Tür? Niemand? Wer klopft an meiner Tür? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube! Sagte der Keklob zum Seemann. Ja, dann komme ich doch mal rein hier. Bis deine Stube ist hier. Das war dann wohl Phoenix' Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird schon der Abspann eingeblendet. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Geile Idee. So, ducken. Drücke B. Mein Rechner ist zu schnell. Der lädt zu schnell. Ich wollte gerade lesen, aber zack. Schon wieder. M2 NVMe SSD kickt rein. Da ist nicht groß was mit Ladezeit. Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach. Phoenix war im Teil. Ja, ich hasse dich. Aber ist das so nicht spannend, ne? Nein, erzähl weiter. Also hier liegt's auf jeden Fall nicht. Alles klar. Bevor ich hier einfach abhau und hätte einfach die Axt nehmen sollen. Ich kenn doch mein Talent. Zack. Natürlich kannst du auch klettern wie eine große. Was sind das eigentlich für Gefäße? Wahrscheinlich nur Licht, ne? Hier ist noch ein Hebel. Ah. Was geht hier? Gar nix. Wenn alle anderen vorher versteinert sind und wir jetzt, sag ich mal, das alles überleben. Das würde ja mal krass sind. Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst. Oder scheiterst, wie alle anderen. So, wir haben den Schalt als umgelegt. Äh, können die hier weiter. Bisschen kalt die Hütte, wo der hier wohnt. Ja, gar keine Heizung. Wow. Da kommt was angerauscht. Eine weitere Plattform zum Springen. Sehr schön. Okay. Aber ich war ja dazwischen gesprungen. Jawoll. Okay. Ah, das ist schon mal gut. Aber... Schatzkisten soll man nicht ungeöffnet lassen. Weiter, wie sie dagegen tritt. Latscht die Kiste auf. Hurra! Wir haben Gold gefunden. Aber sah mir einer Edelsteine aus und so. Sehr bunt, sehr schick. So, jetzt sind wir wieder hier. Frage, wo es weiter geht. Kommen wir theoretisch da wieder rüber. Müsst du mal genau gucken, was passiert, wenn wir jetzt den Hebel umlegen. Okay, also ist der Weg zurück. Das ist schon richtig so. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir in die Richtung ja auch müssen. Oh Gott. Irgendwas machen? Nee. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe mal wieder in die Richtung. Übergang in den Abgrund neben die Axt. Aber auf jeden Fall. Okay, ach ja, alles klar. Hier rauf. Dann warten, bis, äh... Gutes Stück hier in der Mitte ist und dann geradeaus weiter. Jawoll. Super. Krass, jetzt können wir sogar noch fliegen, ey. Es ist ja... Da sind ja die Avengers ja gar nichts gegen. Wow. Das ist nicht schlecht. Oh, jetzt kommt's. Oh, jetzt kommt's. Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Alter, ne Axt haben wir jetzt auch noch. Mann, 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 ey. Aber das ist doch so ein Riesenteil. Die wiegt doch bestimmt 50 Kilo. Ja, da guckst du ja, ne? Na, da fehlen mir so ein paar Kombos hier. Alter, wie er weggeflogen ist. Ah, der kippt ja besser als ihr Bruder, ey. Ja, auf jeden Fall. Mach mal die Luke auf hier. Ja, vielen Dank. Einer meiner Blitze. Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Fenix ist hildlos Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach, wirklich. Sie wird auf jeden Fall für Göttin, wenn das Wort so geht. Von Zeus' Blitz? Unglaublich! Energie durchströmte Fenix. Mehr als sie ertragen konnte. Was passiert mit mir? Schisssterbliche! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Oh. Alter. So, drücke, um einen Heiltrag zu dir zu nehmen für... Ah, das war auch wieder zu schnell. ...die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Fenix dem Riss siegreich. Vorerst! Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Ist das ein Regiefehler? Sie hat gar keine Axt da am Rücken. Ah, da ist sie jetzt. Und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren. An vielen Abenden hatte Fenix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalos und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Fenix aus. Also Müll. Ah, vielleicht sind sie verfügbar. So, wir testen mal. Links ist ein Trank. Pilze. Okay. Kernherausforderung abgeschlossen. Das ist schön. Klupp. Der springt sogar aus dem Wasser raus. Wahnsinn. Jetzt ist natürlich auch die Frage meiner Energie. Wo sehe ich denn die? Ah, jetzt habe ich die wieder aufgefüllt. Eine goldene Gelegenheit. Ich quirre die Brücke. Mal gucken, wo die ist. Ah, da hinten ist sie. Gehen wir mal geradeaus. So, L halten und X sprinten. Okay, super. Das ist schon mal prima. Wollte gerade fragen, wie schnell sie laufen kann. Ich kann natürlich mal schnell an soem Ziel vorbeilaufen. Ach, der Fremde da oben. Ja, mit seinem. Oh, Götter, wenn doch nur Legiron hier wäre. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartaros mit Geschichten einschläfern? Ich muss sagen, macht das aber schon ganz gut. Gut. Ja, gut pariert. Ja, einmal rumlaufen. Die Frage, kommen wir jetzt hier wieder ganz normal nach oben? Ich konnte ja vorhin auch klettern. Ja. Rette den Fremden, der um Hilfe rief. Das machen wir doch mal. Ich hoffe, der ist auch noch da und liegt da nicht irgendwie in zwei Hälften schon verspeist. Das wäre nicht so ein schöner Anblick. Oh, wer ist das denn? Eine Gorgone? Die gibt's wirklich? Halte aber Hauptsache. Ich dachte, der wollte gerade an dem Typen rumknarren. Was schmerzt denn da so? Ich könnte auch mal bei Weight Watch das anmelden. Komm ich gleich mit. B ist doppel. Aua. Freut sich. Sieht aus wie Jabba so hat. Sie ausgelacht. Oh. Ich hoffe, die kann sie gebrauchen. Diese Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Fenix. Durch pures Glück. Halt! Ihr da! Kämpft mit jemandem, der bewaffnet ist! Genau. Und zwar mit mir. Nach dem glorreichen Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das! Na ja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend. Aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Wollen wir mal ein bisschen schneller laufen. Ja, hier Kaloderma Rennsandalen an. Ein bisschen aufpassen, dass wir ja nicht irgendwie in den Abgrund laufen mit meiner großen Klappe. So, kann ich die eigentlich so angreifen? Komm her, ja. Aus der Luft schießen kann jeder. Ja genau, mach dich weg. Ich glaube, es hackt. Das ist wirklich heftig hier. Alle mega versteinert hier. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt einfach rüber? Klar. Jo. Okay, das ist auch gut gemacht, weil... Auftauchen. Genau. Weil ich denke mal, wenn sie in dem Teich springen konnte, dann kann sie natürlich auch ins Wasser springen. Aber man weiß ja nie. Manche Spiele haben ja so kleine Regiefehler. Da passiert das dann halt mal. Dass man dann doch das Problem hat, dass man dann drauf geht. Ich muss sagen, also das Game ist echt nice. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Oh, was ist das? Alter, kann ich hier Steine hin und her schieben? Alter. Wie die den Stein schiebt. Als wäre das ein Stück Pappe. Alter. Aber die braucht ja auch keinen Stein schieben eigentlich, weil... Die kann ja sonst hier hochklettern, wie sie möchte. Die klebt da ja wie Spider-Man an der Wand. So. Die Frage doch in die Richtung. Überquere die Brücke, weil wir sind ja von da gekommen. Ok. Ok. Mach mal das dann mal. Was ist denn da schönes? Aufheben. Zeitrennen. Herausforderung. Fähig. Ach, das ist eine Herausforderung. Alles klar. Dann machen wir das Ganze nochmal. Sorry. Sorry. Jawoll. Wofür gibt es auch eine kleine Belohnung, vermute ich mal. Kharons Münzen. Eine komische Münze. Mit Kharons Zeichen. Ihr habt die schon auch geklaut. Kharons spart doch für eine Brücke. Ja, ihr wird ja einiges geklaut. Ich lauf hier auch wieder nur durch die Gegend und plündere irgendwas. Okay, Kondition ist alle. So, kann es weitergehen. Mal gucken, ob es richtig ist, hier lang zu laufen. Ich glaube, wir überqueren die Brücke wieder. Ja. Oh, das war aber knapp. Aber das mit den Zielen, also mit den Meta-Angaben ist sehr geil gemacht, weil das wirklich, jetzt passt die Arsch auf einmal. Muss man sich nicht wie in anderen Spielen irgendwie Gedanken machen, dass das nicht funktioniert. Okay, ich denke, vermute mal, wir müssen jetzt hier nach oben. Ja. Singe, oh Muse, von Hermes, dem Glückbringer Boten der Götter. Er, der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist. Jetzt steht hier 17 Meter. Okay. 35 Meter. Das muss irgendein Seitengang hier sein, irgendeine Höhle oder so. Habe ich bestimmt übersehen beim Klettern. Oder? Oder? Okay, Hauptziele sind ja die 155 Meter. Dann machen wir das mal. Ein paar Pilze sammeln. Wer weiß schon, was es gut ist. Wenn es noch welche gibt. Pilzezeit hier. Boah. Tun die Knochen schon weh, wenn ich sehe, wie sie da langläuft. Überall runterfällt. 10 Meter. Ist das hier? Warte mal, hier ist was. Okay, es kann sein, dass wir tauchen müssen. Ah, hier. Alles klar. Ambrosia haben wir erworben. Äh, man gibt es nicht Lambrusco wahr. Ui. Dafür, dass sie noch nicht mit umgehen kann, hatte ich schon mit sehr vielen Sachen gut, äh, sehr gut umgehen. So, folge dem fliegenden Mann zur Insel, die wie eine Schildkröte aussieht. Dann machen wir das doch mal. Gucken, was der uns noch an Ausrüstung geben kann, oder so. So, ein bisschen flinker sein hier. Jawohl, wir laufen mit Lichtgeschwindigkeit. Boah. Boah. Das hätte glaube ich ein bisschen wehgetan. Da kann sie nicht mehr schwimmen, oder was? Was war das? Okay. 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 172 Meter. Die Energie lädt sich gerade auf. Insel soll aussehen wie eine Schildkröte. Wir könnten, müssten ja eigentlich die Wände wieder hochgehen können. Ich würde auch sagen, wir machen das jetzt hier. Gibt das hier eigentlich auch, dass wir schneller schwimmen können? Das ist natürlich nice. Und wenn man überlegt, man hat so andere Games, da konntest du das nicht machen, ne? Da musstest du halt um den Felsen rumschwimmen. Also wenn das so bleibt, dass sie überall hochklettern kann, müsste das jetzt an diesen Felsen auch gehen. Okay. Das ist gut für die Kondition. Alter, und wir snacken die Pilze weg wie kein anderer. Jawohl. 189 Meter. Also es klappt. Wir können hochklettern. Ich hoffe, die Kraft reicht, aber nicht snacken wir uns da nochmal so einen Pilz rein, aber wir haben gar keine mehr. Wir sind aber gleich da. Ich vermute mal, es erholt sich dann auch. Ja. Ist auch eine mega anstrengende Geschichte. Ach, da ist ja die Schildkröte. Ich vermute mal, dass wir nach oben müssen. Da hat er gesagt, in die Folge der fliehenden Mann zu der Insel, die wie eine Schildkröte aussieht. Von Höhle steht da auch nichts. Alter, Free Climbing, ey. Sein Urgroßvater. Krass. Ich glaube, die Richtung passt schon. Hier war noch eine Kiste, wie sie wieder auftritt. Aha. Kein Wunder, dass die Kisten aus Stein sind, wenn sie da mal drauf rumhaut. So, jetzt geht sie irgendwie hier nach unten. Wahrscheinlich noch weiter nach unten, ne? Sind auf jeden Fall auf der Insel. Die aussieht wie eine Schildkröte. Okay, ich vermute mal, der Vogel wird ja irgendwo auch ein Nest haben oder so, ne? Na doch, hier der Eingang. Wie komme ich da rein? Ja, das ist eine gute Frage. Oder einen Schlüssel einsammeln oder so? LB halten, Objekt ziehen. Bei den Göttern. Ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Könnten die Armschinen nur meinen Berg versetzen. Bei Hades. Heiratet doch, ihr zwei. Können wir damit jetzt die Tür einschlagen oder wie? Werfen. Ah. Werfen RT. aufgeladener Wurf. Ert halten. Hey. Oh, ist ja nicht. Achso. Ich hab ein bisschen Rasen gemäht. Dachte hier, hier wäre irgendwie noch ein Versteck oder so. Ja, komm. Das schaffst du. Du wirst ja wohl so ein Tor einhauen können. Ja, das scheint nicht zu funktionieren. Ah, okay. Wir können wahrscheinlich müssen wir hier die Gewichte draufpacken. Damit dann das Tor aufgeht. Den kann sie jetzt nicht nehmen. Okay. Versuchen wir das mal so. Ich hoffe, das reicht aus. Jawohl. Dann haben wir ja noch unsere schöne, tolle Kiste. Wird sie aufheben können. Krass, ne? Dann geht sie schon ein bisschen zum Boden, das ich so richtig sehe. Ah, jetzt legen wir die hier ab. Jawohl, super. Wenn er in dieses Loch gestürzt ist. Ich rette dich! Versprochen! Hui! Geht's da ja wieder rein. Ich war doch schon mal in so einem Loch hier. Also verstehe ich das richtig? Statt zum Tempel des Apollon zu gehen und mit dem Orakel zu sprechen, jagt Phoenix diesem Fremden hinterher? Phoenix war ein herzensguter Mensch und wollte diesen mysteriösen Fremden helfen. Doch sie verlor nie die Tatsache aus den Augen, dass sie dem Tempel des Apollon immer näher kam. Und damit auch eine Heilung für diesen furchtbaren Fluch, der ihren Bruder und die Soldaten heimgesucht hatte. Oh, erinnere mich, meine eigenen Fehler zu relativieren. Zeus, der ein herzensguter Mann war, brachte seine erste Frau dazu, sich in eine Fliege zu verwandeln und aß sie dann auf. Abgelegt? Deshalb meldet sich Metis nicht mehr. Ich dachte, sie besucht ihre Schwester in Babylon. Ups. Okay, den können wir nur schieben. So, er ist anscheinend auch schwer genug. Zack, Doppelsprung. Locker aus der Hüfte hier. Wenn wir mal aktiviert, dann müssten wir eigentlich genau die Kiste holen. Okay. Ich vermute mal, schieben wir lieber noch ein bisschen ran. Jawohl. Das ist doch schon mal nice. Gehen wir schon mal ein Stück weiter. Jetzt haben wir zwei Dinge, die wir aktivieren können. Einmal. Einmal. Zweimal. Jetzt könnten wir die theoretisch auch gezielt da hinten hinwerfen. Jawohl. Wir haben's drauf, würde ich sagen. dass ich die natürlich so weit werfen kann. Das könnte klappen. Das war zu weit, aber das ist egal. No. Weil wir können da nämlich hin. Okay. Jetzt müssen wir mal die Kiste wieder suchen, die ich weggeworfen habe, ob wir da hinkommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so schlau von mir war. Aber warte mal, wir können ja einfach mal nochmal einen Knopf drücken. Dann müsste ja eigentlich eine neue Kiste kommen. Zack, rüber. Hier ist ja auch eine. Ich werde damit eigentlich auch. Okay, machen wir anders. Ich schmeiß mal hier rüber. Genau. So müsste es gehen. Ja, super. Jetzt nehmen wir die und werfen die darüber. Prima. Jawohl, wir sind Genies. Wir können es doch. Das ist doch nice. Niceness. Zack, zack. Das Zeichen von Ithaka. Odysseus. Jetzt haben wir den Bogen bekommen. Sehr geil. Wir sahen hier ganz schön ab. Alter. Große Macht erfordert mehr als nur gute Beinarbeit, Menschlein. Hast du genug Selbstkontrolle? Wer bist du? Komm und zeig dich! Sie wird natürlich auch mal mutiger. So, erworben. Apollons Pfeile. Freunde, wir machen hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich werde das Ganze jetzt hier nochmal speichern. Lasst mal ein Abo da, Kommentare nicht vergessen. Würde ich mich freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall in eines den nächsten Videos. Bis dahin.